Was geht ab meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu COD World War 2. Wir machen jetzt weiter, wir müssen mit dem Agent Sergeant, Sergeant Pierce jetzt so einen Aussichtspunkt erreichen, wo wir ein paar Pucks kaputt machen müssen. Was auch immer Pucks sein muss, äh sind. Wahrscheinlich auch wieder irgendein Schütz. Dann heißt mal, da war einer von uns hier. Schade, aber ich kann sie nicht alle retten. Ist halt einfach so. Tut mir leid, aber geht halt nicht. Oh, Null. Sack, bloß Streber, sagt er. Okay, hier ist aber auch keine Erinnerung mehr. Ja, hier ist nix mehr. Ah, da ist der Hammer, Alter. Da haben die da einfach Zivilisten aufgegangen. Oh, man. Solche Wichser, die Nazis, ne? Solche Wichser. Okay. Da sind die Dudes. Oh, no. Ah, das sind Pucks. Alles klar, Mann. Bäm, hab ich. Bäm. 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 Achso, und jetzt kann man bei dem Dudes, bei dem Pierce, bei dem Pierce, kann man die Gegner so sichtbar machen. Oh, lol. Zack. Zack. Kacke. Egal, jetzt engage. Volle Hütte rein hier. Zack. Alles sicher. Okay, wer wird? So, erinnerung gucken. Ah, jo, im Stream ist mir, äh, fast ein Fahrzeug über den Kopf gefahren. Was ist denn das? Eine K. Mit sechsmal Visier. Auch ein K mit sechsmal Visier. Was hab ich für eine Waffe? Ich hab auch zwar ein sechsmal Visier, aber, äh, eine andere. So, Munition haben wir am Stissel. Ich will mich hier nochmal ein bisschen umschauen. Bevor ich mich hinterm Panzer sammle. Ah, hier liegen wir bei Medics, aber Medics brauchen wir nicht. Ja, chill doch mal. Ah, gehen wir hier hinter dem. Geh nicht, ich muss, äh, doch. Uah, ey, nehm ich nicht. Okay, hinterm Panzer bleiben. Wow, wow, wow. Bam. Ich will auch ein paar abhaben. What? Und welches M.G.? Und welches M.G.? Ich war auch damit. Ich schieße mich auf meine M.A.D.S. What? Wieso habe ich den nicht getroffen? Sie ist Munition. Ist hier aber auch noch irgendwo. Nein, ist nicht. Eine Erinnerung am Start. Okay. Aber ich habe beide getötet. Scheiße. Fuck, Mann. Warum habe ich denn beide getötet? Wollte ich doch gar nicht. Haben wir hier noch irgendwo eine Erinnerung oder sowas? Ne, da ist Sussman. Eine Lampe. Da. Ne? Doch, hier. Korrekt. Noch eine Erinnerung gefunden. Nice. Okay. Wow, der Vergetner, Alter, was? Okay, ich denke mal, wir gehen mal weiter, oder? Müsste hinter dem Panzer bleiben, ne? Wäre, glaube ich, empfehlenswert. Oh, okay, oder auch nicht. Ja, ist ja okay. Wir gehen jetzt hier an der Seite lang. Kommen wir mal die Hütte auf hier. Oh, oh. Laut. Wow. Die habe ich überhaupt nicht gesehen, Alter. Ja, ich denke mal, ich brauche gleich einen. Ich habe keine Muni, Alter. Warte, N. N. N ist so eine schwierige Taste, ne? Okay. Aua. Wie habe ich denn da schon wieder getroffen, Alter? Zack. Was hat kommen sehen, war? In einem beschissenen Auge habe ich den geballert. Okay, hier ist nichts mehr. Wunderbar, wo war das? Er war nur eine aufgeblasene Kuh. Okay, aber erst mal gebe ich ihm eine Heilung. Okay, auf die Munition. Da. Okay, zwei Stück muss ich noch. Da oben ist sie. Zack. Hab sie. Danke für die Feierunterstützung, Daniel. Ja, kein Problem. Nicht dafür, mein Junge. Kannst du da nicht rüberhüpfen? Ach, Mann. Jetzt muss ich hier rum wieder laufen, Alter. Was ist das denn? Ja, scheiße. Wow, Feuer. Ich muss mal da hinten in die andere Scheune noch. Na ja, da ist einer von uns. Ob hier noch was liegt. Oh. Granate geworfen. What the fuck? Okay, hat aber kein Damage gemacht. Bam, Junge. Hast mal was vom Kopf gekriegt. Gefällt dir das? Richtig nicht mit mir an, Alter. Achso, hier. Oh. Die ist runtergefallen, ne? Wie komme ich denn da in die Hütte? Von der Seite nur. Ah, lol. Wo kriege ich denn Damage hier die ganze Zeit? Da komme ich nicht hoch. Alter. Eben Heilung geben. What the fuck, Alter. Hier haben wir aber gerade einen Guck getroffen. Wo? Da. Ist hier noch einer? Der aufs Maul will? Hä? Der sich da traut, auf mich zu schießen? Stehe und jetzt nicht um den Schuss. Oh, shit. Wie Feuer einstellen. Runter, runter. Oh, Geisel nehmen. Falt gesichtet. Na, wo denn? Keiner macht hier irgendwelche Faxen, klar? Haben wir uns verstanden. Warte, N. Ich kann dir Hilfe gebrauchen. Ja, gib mir. Immer mal wieder so ein Medic abzustauern. Das ist geil. So, okay, wir haben deutsche Geisel genommen. Gefällt mir. Okay. Hier habe ich mich aber, glaube ich, schon umgesehen gehabt. Hier war nichts. Okay, ab zu Turner. Geht ab, Turner. Geht ab, Turner. Offizier anwesend. Okay, zuhören. Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner. Ja, Sir. Scheiße. Zu gut, Alter. Wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner. War klar, dass wir das jetzt alleine machen, Alter. Was ist denn los hier? Charlie hat Scheiß am Arsch und wir sind auf Papier. Da ist die. Okay. Okay, Leute. Wir müssen hinterher. Ab zur Komponie Charlie. Wo geht's nach Marini? So, das Fahren habe ich gestern auch schon gemacht, aber, äh, das Fahren ist verdammt schwer. Okay. Ja, ich bin ja dabei. Ja, ich bin ja dabei. Ja, ich versuchst so viele Deutsche umzufahren, wie geht, aber. Yeah, Deutsche. Was geht's? Roadkill. Oh. Willkommen in der fucking Rally. Eppa. Das, Mann. Rally befalls. Ich übernehme das MG. Ah, okay. Jetzt haben wir ballern. Oh ja, let's go. Hey, point of occasion. Halt nicht mehr lange durch. Ich schau die Zelt auf uns. Die Straße ist dicht. Haha. Okay, easy. Direkt vorraus. Halt ihn aus. Oh, die Explosionen, die sind so saftig, ne? Oh, die Explosionen, die sind so saftig, ne? Was für nachlassen, Junge. Ich bin in den Geruch. Mach den Rest fertig. Ein Unkreis bei der Straße, Peter. Wir haben noch ein Fahrt. Alles sicher. Haben wir es alle? Easy. Easy peasy. Boah, Alter, mein Leben, Mann. Ich war ziemlich knapp am Limit, ey. Danke fürs pünktliche Erscheinen. Das ist wahrscheinlich ein Befehl. Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Ja. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Denn jetzt. Passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Alles klar. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgaben. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sassmans Seite stehe. Oh, guck mal. Er schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Welle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde. Falsch gedacht. Wir haben alle Erinnerungen gefunden, aber nur eine von drei Heldentaten ausgeführt. Naja, wäre eigentlich die zweite gewesen, aber die zweite habe ich ja ein bisschen verkackt, weil ich den, den ich retten wollte, auch umgebracht habe. Okay, so sind wir jetzt in die Festung. Wir haben uns in einem Bauernhaus vor Marigny versteckt. Ich schließe meine Augen und denke an Hazel. Aber am Ende habe ich wieder diesen Traum. Alles klar. So, hier haben wir noch gar nichts gefunden. Und noch nichts ausgeführt, also kein Heldentat. What the fuck? Ach so, da war der Traum. Albtraum, hm? Ja, ich werde ihn nicht los. Schon besser. Ruh du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich habe die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir. Ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens. Passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt es keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Was ich ja richtig geil finde, ist diese Optik, dass das so aussieht wie in einem Film. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Red, erschieh sie! Ich versuch's, ich versuch's! Schneller! Gib dem Wolfi! Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, Kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. Entdeckung! Na los! Okay, Leute. Turner wird den Manövertrip auf den Platz führen. Unser Job! Und der Stützungsfeuer von der Kirche aus! Noch Fragen? Gut, ich hab ne Frage! Jetzt nicht, Stiles. Es fängt ein goldener Schweren. Los jetzt! Ich glaube, er mag mich! Ich glaube, er mag mich. Okay, lasst du... Wow! Ich brauche Feuer schon auf der linken Seite. Alle anderen flankieren rechts. Das Haus sichern! Mörserangriff? Geil. Äh, N. Immer hier sein Signalrauch. Da! Feuer! Bäm, Alter! Bäm, Alter! Oh, no! Ja, ich hab meinen Düt erwischt. Oh, da lag ne Granate. Da ist noch einer. Da auch! Mach da! Haben wir den Weg? Ja. Er bringt am Kutokomen. Wir haben irgendwas vor. Ihr reicht! Bin hinter dir! Bewegen uns! Ey! Mein Gott! Alter, ich bin richtig am Arsch, man! C. Muss mal eben Heal, nein. Ben weg! Ich halte mich direkt nochmal, Alter! 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 Halt aus! ok jetzt haben wir so wie kommt er denn hier auch eine knarre alter in der erinnerung nein ich frage irgendwie munition oder so oder eine andere knarre ich gehe hier hoch das ist meiner da liegt ein medic voll in die rübe sagt er hier oben war aber soweit nichts mehr nachladen so dann habe ich neben dem baller im heilung nach genau dann bewegt er sich dann habe ich verzogen ok saß man gib mir medic du hast du das oh shit okay let's go halt durch kumpel ok wohin wohin ja ich bin da schon offensichtlich muss ich denn hier hinziehen oder ne ich glaube das war verkehrt so den hangar ok ok da im gealter let's go komm raus da kollege ich sabber mich nicht voll der ist sicher typ du auf geht's auf geht's auf geht's auf geht's nimm dies und das und das und das und das und das du bist ich treffe dir nicht mehr ich treff' dir nicht mehr loL man konnte sogar die mauer dazurschießen geil ok aber dann mit dem mit dem verletzten da habe ich wieder nicht verstanden wieso ich die nicht hoch packen konnte oder wo ich die wo ich da mit dem man eine fresse und meinem gucken wird hier nur so abgeht aber hier komme ich nicht mehr rum ok was auch leute wir machen hier aber jetzt erst mal ein cut denn kirche ist lang aber ich gebe oder das weiß ich noch kirche ist lang und ich werde mich jetzt hier noch mal kurz umschauen und wenn ich nichts finde dann sehen wir uns beim nächsten mal in der kirche oder an der kirchentür wie wir die kirche stürmen und ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen und wenn es euch gefallen hat dann macht mir eine bewertung da und ich sage mal bis zum nächsten mal